Forscher wurden Zeuge einer wirklich ungewöhnlichen Tierform. Im ersten Moment denkt man natürlich an eine Giraffe, doch die Farbe passt mal so gar nicht zu dem sonst so in Afrika angesiedelten Tier. Die spektakulären Aufnahmen stammen aus Kenia, schon seit geraumer Zeit kursieren Gerüchte zu der Giraffenform und seinem Kalb. Nun gibt es endlich Bewegbilder, die das Unvorstellbare für die Nachwelt festhalten. Sie scheinen kerngesund zu sein, lediglich die Farbe scheint ungewöhnlich zu sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017